Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Gott, ich bereue von ganzem Herzen meine Schuld. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Mein Gott, ich bereue von ganzem Herzen meine Schuld, denn Du bist unendlich gut und die Sünde missfällt Dir. Ich bin fest entschlossen, mit Hilfe Deiner heiligen Gnade nicht mehr zu sündigen und zu Dir umzukehren. Amen. Ich glaube an Gott, die ersten drei Gesetze des Rosenkranzes, heute ist Freitag. Dann beten wir die schmerzhaften Geheimnisse. Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Zu uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name, zu uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, Bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, o mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, und komm uns vom Irrtum zu befreien. Die Donnenkrönung Jesu Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name, zu uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, ohne Sünder empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. Erster Tag Heilige, geliebte Mutter, du ganz heilige Maria, die Du die Knoten löst, die Deine Kinder ersticken, reiche mir Deine barmherzigen Hände. Ich übergebe Dir heute diesen Knoten, jetzt kann man den Knoten nennen, mit allen seinen negativen Folgen für mein Leben. Ich gebe Dir diesen Knoten, der mich bedrängt, mich unglücklich macht und mich so sehr hindert, mich mit Dir und Deinem Sohn Jesus, meinem Retter, zu vereinen. Ich nehme meine Zuflucht zu Dir, Maria, Knotenlöserin, denn ich habe Vertrauen zu Dir und weiß, dass Du niemals ein Sünderkind abgewiesen hast, das Dich um Hilfe anrief. Ich glaube daran, dass Du diesen Knoten lösen kannst, denn Jesus schenkt Dir alle Macht dazu. Ich vertraue darauf, dass Du bereit bist, diesen Knoten zu lösen. Du bist ja meine Mutter. Ich weiß, dass Du es tun wirst, denn Du liebst mich mit der Liebe Gottes selbst. Danke, meine geliebte Mutter, Maria, Knotenlöserin, bitte für mich. Wer ein Gnadengeschenk sucht, findet es in den Händen Mariens. Vaterunser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name, zu uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde der Bruder unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen der Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. das fünfte schmerzhafte Geheimnis Jesus, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name, zu uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns das gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. Gebet zu Maria, Knotenlöserin. Jungfrau Maria, Mutter der schönen Liebe, Mutter, die niemals ein Kind, das um Hilfe ruft, unerhört lässt, Mutter, deren Hände ohne Unterlass für ihre geliebten Kinder arbeiten. Denn sie werden angeregt von der göttlichen Liebe und von der unendlichen Barmherzigkeit, die aus Deinem Herzen überfließen. Wende Deinem Blick voller Mitleid mir zu. Sieh das Bündel der Knoten, die mein Leben ersticken. Du kennst meine Verzweiflung und meinen Schmerz. Du weißt, wie sehr mich diese Knoten lehmen. Maria, Mutter, die Gott beauftragt hat, die Knoten im Leben Deiner Kinder zu lösen. Ich lege mein Lebensband in Deine Hände. Niemand selbst, niemand, selbst der Böse nicht, kann es Deiner barmherzigen Hilfe entziehen. In Deinen Händen gibt es keinen Knoten, der nicht gelöst werden könnte. Mächtige Mutter, durch Deine Güte und Deine Macht, der Fürsprache bei Deinem Sohn Jesus, meinem Befreier, übernimm Du heute diesen Knoten. Nenn ihn, wenn möglich. Gott, zur Ehre bitte ich Dich, löse ihn für immer. Ich hoffe auf Dich, Du bist die einzige Trösterin, die Gott mir geschenkt hat. Du bist die Festung für meine schwachen Kräfte, der Reichtum in meinen Nöten, die Befreiung von allem, was mich hindert, mit Christus zu sein. Nimm mein Rufen an, bewahre mich, leite mich, schütze mich. Du bist mein sicherer Zufluchtsort. Maria, die Du die Knoten löst, bitte für mich. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass sie mit uns gemeinsam diese Novene gebetet haben. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen Deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.